Die Leute müssen mal sehen, wie viele Zuschauer hier stehen. Wir sind hier am Arbeiten und die Leute kommen hier einfach her und schauen uns zu. Es muss wohl was Interessantes sein, wenn wir arbeiten wollen, als wenn ich arbeite. 15 Uhr gibt es ein neues Video von Udo und Wilke und Kevin. Wir sind seit vier Stunden hier, um Fundament zu machen, weil Udo überhaupt nichts im Griff hat. Udo hat gar nichts im Griff, Udo hat alles im Griff. Aber wenn hier die Stromkabel alle verschwinden, da kann ich nichts für. Was ist das Ding hat er ruiniert? Ja, weiß ich, das ist Kevin. Ha, und wer war's das? Ich bin auf der Baustelle, neben dir. Haubes, Haubes, komm, liebe Geist. Hey, Kamerastücken Haubes, wer betreut mich das? Da kann ich dafür, wenn du dein Scheiß überlegen lässt, das ist eine Baustelle. Vor dem Time-Minute Pause, trinken eben Bär und Havanna-Cola und wieder... Hacko, B und S, Pause und Suppeln. Ja, und wir machen mit den Zuschauern ein schnelles Foto. So, mach raus, weiter geht's. Los, Kevin. Sandmann, lieber Sandmann, es ist doch nicht so weit. Wir sehen es im Abendbruch.